Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video stelle ich dir in aller Kürze und Würze eine Funktion vor, mit der du den absoluten Betrag, also mit der du den Betrag einer Zahl ermitteln kannst. Ja, der Betrag einer Zahl, wenn du dich erinnerst an deinen Matheunterricht in der Schule, der Betrag einer Zahl ist der Abstand dieser Zahl vom Nullpunkt. Wenn du dir den Zahlenstrahl vor Augen hältst. Gut, ich habe dir dieses Video hier hochgeladen, damit du es einfach hast, das aus der Playlist herauszupicken, falls du es mal benötigen solltest, falls du ja nicht mehr wissen solltest, wie es geht. Also ja, dann mal los. Also hierfür brauche ich jetzt mal kein eigenes Skript. Hier gebe ich einfach ein Python 3.8. Das ist die Python-Version, mit der ich aktuell arbeite, die aktuell auf meinem Rechner installiert ist. Enter-Taste drücken und jetzt nehme ich mit NUM, beziehungsweise mit der Input-Funktion vom User eine Zahl entgegen und diese Zahl wird in der Variablen-Namen gespeichert. Die Zahl des Tages lautet, Doppelpunkt, aufhübschen wollte ich sagen, ob es hübscher wird, der Text, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wollte ich einen Großbuchstaben haben. Okay, die Zahl des Tages, okay, dann sagen wir mal minus 123. Gut, jetzt kann ich diese Zahl ausgeben. Ich mache das mal mit mittels eines formatierten Strings hier. Geschwagte Klammern. So, und ja, den absoluten Wert ermittelst du mit der Funktion apps und ja, diese apps-Funktion nimmt einen Parameter entgegen und dies ist in diesem Zusammenhang unsere Zahl hier. So, ein Blick, deine Eingabe war, da schauen wir mal, ob ich da nicht irgendwo einen kleinen Fehler sehe. Okay, dann mal Enter, okay, und ja, natürlich, klar. Also, ja, die apps-Funktion nimmt eine Zahl entgegen. Was wir hier allerdings mit der Input-Funktion bekommen, ist ein String. Also, schau mal hier, hier habe ich die Input-Funktion, der Rückgabewert der Input-Funktion ist ein String und keine Zahl und das kann ich allerdings absolut locker umändern. Ich kann nämlich hier einiges machen. Ich kann hier, ja, Num eben umcasten. Ich kann hier ein Casting machen und daraus eine Float-Variable erstellen. Dann muss ich allerdings, ja, darauf achten, dass ich noch eine zweite, runde Klammer hier einbaue. Mal sehen. Sieht gut aus. Also, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Enter. So, deine Eingabe war, ja, minus 123 und der absolute Wert ist 123. Wunderbar. Ich kann es nochmal machen, also, ne, noch eine andere Zahl des Tages hier entgegennehmen und sagen, naja, 99 und, ja, deine Eingabe war 99. 90, absoluter Wert ist 99. Ist klar, positive Zahlen ändern sich nicht. Und weil es so schön war, noch einmal, ich sage jetzt minus 1200. So, nochmal ausgeführt die Zahl. Na, 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 na. So, da haben wir es. Zack. Deine Eingabe war minus 1200. Der absolute Wert ist klar, ist dann 1200. Also, keine große Sache, wenn ich Control und D betätige, diese Tastenkombination, ja, dann bin ich im Otto-Normal-Terminal zurück, ja. Ich kläre jetzt mal den Bildschirm und mit Command und K. Das war's. Das ist ja wirklich ein kurzes Tutorial gewesen, aber, ja, ich denke, ganz sinnvoll und vor allen Dingen auch sehr hilfreich für dich, ne. Denn gerade, wenn du dich in der Uni oder in der Schule auf Klausuren vorbereitest, dann willst du ja auch, dass die Sachen dir schnell zur Verfügung stehen, wenn du, sagen wir mal, was vergisst, ne. Ja, was ja immer passiert, ne, dann schaust du einfach in die Playlist. Und dann, ja, kannst du dir das entsprechende Video locker herauspicken. Du kannst ja natürlich auch sämtliche Playlists, die ich hier auf meinem Kanal hochgeladen habe, dann auch mal durchlaufen lassen. Macht Sinn, dass es ein ziemlich entspanntes und auch höchst effektives Lernen, ne. Okay, so, jetzt sage ich, danke fürs Zuschauen und Zuhören. Wir sehen uns wieder im nächsten Tutorial. Ciao.